Hallihallo und Servus, ja ich bin's der Mario und ich melde mich wieder zurück aus dem Kurzurlaub und wir haben heute wieder eine schöne Modvorstellung für euch. Ein Class Xerion 3800, ein Track VC von Modscheune in Zusammenarbeit mit Verbidden Mods. Die zwei haben den Mod komplett überarbeitet und tausende neue Sachen hinzugefügt. Ja wir schauen uns erst mal die Log an, die müsste ja eigentlich sauber sein. Ist sie auch, die Log ist sauber, das da unten ist ein anderer Mod. Also schon mal top, dass die Log zumindest sauber ist, das sollte ja öfters mal nicht der Fall sein. Jetzt würde ich mal kurz schauen, damit ich uns noch einen scheiß Flugmodus wieder rausbekomme. Jetzt J drücken, jetzt müsste das gehen, genau, jetzt wieder den Flugmodus raus, so jetzt klappt's. Ja, wir haben hier eben, ihr seht schon von den Texturen her, na, ein sehr feines Modell. Gut, die Reifen gehen immer noch eine Spur besser, ansonsten top. Ihr seht schon wieder auch das Logo, also das sieht echt Bombe aus. Eines der besten Texturarbeiten, die ich immer, eine der besten Texturarbeiten, die ich je gesehen habe. Hier hinten passt auch alles, sieht alles wirklich sehr gut aus. Jo, da halten wir die Motorhaube noch. Was haben wir bei der Motorhaube? Die Motorhaube ist auch sehr gut, sehr detailliert. Vor allem auch hier diese Xerion-Schrift beim Auspuff, passt wirklich alles. Ja, wir steigen mal ein, würde ich sagen. Starten wir den Motor. Ja, hört sich schon mal fein an. Ich hatte euch ja vor kurzem, äh, ne, ist schon länger her, auch einen Class Xerion 3800 vorgestellt. Das war eigentlich das gleiche Modell. Ähm, was bei diesem Modell da eben der Fall war, dass es, wenn man nach links und nach rechts gelenkt hat, sich der Traktor so geneigt hat. Das ist jetzt nur noch minimalst der Fall und finde ich ihn auch vollkommen im grünen Bereich. Beziehungsweise, es muss nicht sein, aber man merkt es einfach jetzt hier, knickt da ein bisschen nach innen. Das finde ich jetzt aber wirklich nicht so schlimm, denn ansonsten ist das Modell top. Ich finde ihn auch von der Schnauze wirklich sehr schön. Ein bäriges Teil einfach. Ich glaube, er hat so 330 PS, da schauen wir am besten mal kurz im Shop nach. Genau, da ist er ja mit schönem Bild. Hier doch die beiden Banner von Modscheune und Verbindenmods in Zusammenarbeit eben. Ja, den Class Xerion 3800 gibt es für 262.900 Euro. Unterhaltskosten wären bei 110 Euro am Tag und PS wären wir bei 330 bzw. 243 kW. Wir können mit L und K die Doppelbereifung an- und abbauen. Ne, das war jetzt M. Klappt einwandfrei, jetzt ist er natürlich schmäler und sieht immer noch richtig schön aus. Standardbeleuchtungsskripte Licht, das sieht wirklich bombastisch aus, also sehr schön. Kann man nicht meckern, das ist wirklich traumhaft. Was gleich ein bisschen nervt ist, dass die Kamera automatisch schon mal in die Innenansicht rein wechselt, nach hinten geht. Ist quasi wie den gemacht, wenn man die Fahrtrichtung gewechselt hat. Das ist ein bisschen schade. Stört ein bisschen, aber mein Gott, das ist jetzt keine Sache. Wie gesagt, das stört mich jetzt so, da würde ich mir den Mod nicht holen. Was ich extrem gut finde, sind die Rot-Umleuchten. Die passen wirklich wie die Faust aufs Auge, passen perfekt. Ja, wir können auch noch mit N hier das Zugpanel, um hier eine Anhängerkupplung oder den Anhänger anzukuppeln, das können wir auch an- und abbauen. Beispiel wenn wir jetzt eine Sämaschine, eine 3-Punkt-Sämaschine angehängt haben, können wir das Zugpanel gerne mal ausblenden oder abbauen bzw. Wechsel mal in die Innenansicht. Müssen wir erstmal rundum drehen und dann drücken wir jetzt mal Num5. Und das Lenkrad fährt, sag ich mal, oder klappt sich zurück. Eigentlich perfekt zur Fahrposition. Das heißt, wenn wir hier so fahren, hat man immer noch schön den Knauf, was ich nur vielleicht etwas komisch finde. Drücken wir nochmal Num5. Also ich finde es so fast schöner zu fahren mit dem ausgeklappten, die jedem des seine. Mit Num7 können wir die Beifahrertür aufmachen. Das klappt auch hervorragend. Und mit Num4 können wir den Beifahrersitz aufklappen. Da ist dann hier ein bisschen Vorrat an Coca-Cola-Dosen. Falls wir mal nach einem langen Arbeitstag Bürst haben, können wir hier immer reingreifen und uns etwas rausholen. Ja, was ich ganz ganz besonders finde an dem Mod ist die Lenkung und die Steuerung. Der lenkt sich nämlich extrem weich und extrem, ja minimal verzögert, sag ich mal. Weil er halt vor allem einen sehr, sehr starken Lenkradius und Lenkbereich hat. Auch einen sehr engen Wendekreis. Wir können das hier mal kurz demonstrieren. Ihr seht schon hier, der Wendekreis ist wirklich gigantisch. Gigantisch gering natürlich. Also natürlich deshalb, weil die Hinterachse und Vorderachse lenken kann. Und somit hat man einfach einen geringeren Lenk- und Wenderadius. Genau. Wie gesagt, das Fahren werdet ihr jetzt mal kurz sehen, wenn wir hier mal nach vorne düsen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also ihr müsst das ein bisschen vorkalkulieren. Es ist nicht so wie bei den Standardgeräten. Wenn ich jetzt nach rechts fahre, reagiert die Lenkung etwas zu spät. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Ich kann es mir nur so vorstellen. Es ist dann ein bisschen schwer, das auszugleichen. Weil Lenkung eben zu träge und zu spät reagiert. Eigentlich sollte das ja irgendwie sofort reagieren. Wenn das erst zu träge reagiert, dann ist das vielleicht nicht so. Das war das Gelbe vom Ei. Naja, ich finde es auf jeden Fall jetzt auch kein Grund, den Wort sich nicht zu laden und zu benutzen. Ich finde ihn wirklich saugeil. Und kann ihn nur empfehlen. Wirklich so eine tolle Arbeit. Wir haben auch Spiegel verbaut. Das habe ich auch vergessen zu erwähnen. Die auch top aussehen. Ja, manchmal funktioniert der eine oder andere wieder nicht. Das ist halt so ein Punkt. Hier müsste der Urmodder sein bei Grüner Bauer. Spannend, spannend. Und genau das Wichtigste, die Fahrtrichtung wechseln, zeige ich euch jetzt auch noch. Da klappt er einfach die Kabine rüber. Und schon könnt ihr mit WASD ganz einfach rückwärts fahren bzw. vorwärts. Mit WASD eben eine geile Sache. Vor allem für den Forst vielleicht sehr hilfreich. Oder überhaupt für andere Sachen, wo man sich mehrmals drehen muss. Und jetzt seht ihr, wir drücken C-Spawn wieder. In der Rückansicht der Kabine. Also das ist irgendwie, das könnte man noch fixen. Das wäre ein bisschen nervig, wenn man immer wieder öfter wechselt. Komm immer auf die falsche Seite. Das könnte vielleicht wirklich nerven. Ansonsten richtig geiler Mod. Vielen Dank für die Mühe an Verbinden Mods und an Modscheune, die sich hier wirklich das Stück zu Herzen genommen haben. Und nochmal ordentlich aufpoliert und aufgebessert haben. Richtig LS15 tauglich gemacht haben. Und was man noch sehr positiv anmerken muss, ist, wir haben Reifenspuren bei den Zwillingsreifen. Und auch Reifenstaub bei den Zwillingsreifen. Das heißt, ihr müsstet hier jetzt 4 Reifenspuren sehen. Und die seht ihr auch. Wir müssten da vielleicht erst mal hier rein fahren. Seht ihr, wir haben hier wirklich 4 Reifenspuren. 1, 2, 3, 4. Das ist wirklich gigantisch. Saugeile Sache. Danke für den Mod. Macht's gut. Ciao, euer Mario von Wolfsrudel. Servus.